so ich habe die kamera herum gedreht und zeige euch mal was wir alles machen werden wir werden auf jeden fall die bremszettel beschichten auseinanderlegen komplett und wieder zusammenbauen ordentlich die felgen werden komplett gemacht da ist jetzt hier die günstige alternative drauf die folie aber das hält auch nicht so richtig wie man sieht und wir machen das mal ganz ordentlich da kommen noch ein paar kleinigkeiten dazu wie schalthebel fußrastenanlage komplett die schwinge komplett kettenträger alles was eben noch so stino aussieht und die umlenkung kann wir jetzt schlecht sehen